Neben der Wohnungssuche kommen auch noch andere Herausforderungen auf die Erstsemester zu. Eine davon ist das Zurechtfinden in der Uni. Denn bei verwirrenden Raumnummern, merkwürdigen Beschreibungen und mysteriösen Orten hat sich schon manch einer gefragt, wie er eigentlich zum Ziel kommt. Katharina Gerecki hat die Top 7 der seltsamsten Orte zusammengestellt. Ich bin mal wieder auf der Suche nach einem Raum in der Uni. Das passiert mir hier häufiger. Deswegen zeige ich euch heute die sieben ungewöhnlichsten Orte. Auf Platz 7. Ich suche den Theaterraum. Der müsste doch hier irgendwo sein? Hä? Huch, jetzt bin ich ja draußen. Hm. Ah, da ist er ja. Von wegen alles unter einem Dach. Wohl der einzige Raum der Uni Bielefeld, für den man das Unigebäude mal verlassen muss. Der sechste Platz. Wo ist denn D2 120? 120? Nee, 116? 118? Da vielleicht? Nee, 136. Hä? Hier stimmt aber irgendwas mit der Reihenfolge nicht. Und ich dachte, Zähnen lernt man spätestens in der Grundschule. Platz 5. E1 148. Der Mythos, dass es diesen Raum nicht gibt, ist in der Uni sehr weit verbreitet. Nee, und hier ist auch kein Raum. Vielleicht da lang? Oder da lang? 100 Treppen später? Der Raum E ist nämlich praktischerweise im Bauteil F. Tada! Mein vierter Platz geht an dieses Schild. Treppe rauf, dann nach rechts, nächsten Gang, Treppe runter? Was? Wohl ein verzweifelter Versuch, Ordnung in dieses Raumchaos zu bringen. Die Bronze-Medaille erhält der Seminarraum an 0150. Moment, was steht da? Materiallager? Na, mal schauen. Oh, doch ein ganz normaler Seminarraum. Den Sieg nur sehr knapp verpasst hat dieser Raum. Guckt mal hier. Stinkraum. Stinkt der wohl wirklich? Boah, jetzt aber raus hier. Das ist ja eklig. Und hier der Gewinner. Unter der Uni soll angeblich ein System aus mysteriösen Gängen sein. Die meisten Studenten meiden diesen Bereich der Uni. Aber ich werde heute mal nachsehen. Da war ich zum letzten Mal drin. Oh je, das war anstrengend. Wäre doch alles so einfach zu finden wie der Lernort B1. Der befindet sich tatsächlich im Bauteil B, wie der Name es verspricht. Schön hier, oder? Puh, jetzt reicht es mir aber auch. Erstmal ausruhen. Tschüss. Ihr könnt euch ja auch mal auf die Suche nach seltsamen Orten in der Uni machen. Aber verlauft euch nicht.